Ja moin, wir gönnen uns fort und das heißt, wir sind diesmal in der Rangliste, ist das gut, ist das schlecht, wir wissen es noch nicht, ich habe komplett verkackt, dass ich ja hier unten rum muss, das heißt rum muss, aber rum will, um meine, ah, das ist jetzt sehr knapp, um meine Windmühlen zu bauen, aber das lässt das Spiel noch zu, ne, ja, wunderbar, das lässt das Spiel noch zu, nein, ich will die Strebe, danke, so, einen Energiespeicher und, äh, ne, Metallspeicher noch nicht, aber das Metall will ich tatsächlich verbrauchen, für noch eine Mine, technologietechnisch, würde ich gerne die Werkstatt haben, So, ah, die wären natürlich geil gewesen, wenn ich die hier unten direkt rein hieken könnte, aber das schaffen wir auch so, guck mal, wie weit runter ich das Ding hier setzen kann, kriege ich fast noch eine hier extra rein, ne, ne, aber dann ist das Schwachsinn, Wenn ich da eh hier nur drei rein kriege, wenn ich eh nur drei rein kriege, so, Das hier ist natürlich auch höchst illegal, Irgendwie Sachen rein pflanzen, So, Hier unten will ich mal so einen kleinen nervenen Sniper rein hauen, ja, nicht schön, aber selten, Hier mache ich ein, zwei Mörser hin, um ihn einfach nur zu nerven, So, Und dann, Könne ich mir mit der Technologie, ich habe das Metalllager vergessen, So, Einfach, einfach mal Hallo sagen, ne, So, ja, sehe ich auch so, Bau mal zu dem Bums, Nee, wir haben, wir haben das Geld für die Technologie gleich, Was mache ich denn hier, ach egal, So, und wir bauen dann mal so eine fette Haubitze da rein, Verbind dich einfach bitte, Irgendwohin, Mein Gott, So, So, ich bin ehrlich mit euch, ich weiß gar nicht, was kostet es denn so eine Haubitze, Taus, eins, Gut, Das heißt, ich brauche definitiv noch ne, Eine Batterie, So, und ich fange mal an, den Jungen so ein bisschen zu nerven, Das war doch schon mal ein nicer Hit, Den wiederholen wir direkt, So, 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 Someone's tryharding, Ja, ach komm, Es ist rankt, Was ist denn sein Problem? Ist er direkt mad, Weil ich ein bisschen, Ein bisschen Damage machen will? Ich will doch nur mal gucken, was so, was so, was so da ist. Na von wo kam er? Ja, someone's tryharding, Aber ich hittet mir selbst da so ne Dings rein, ne? Vergessen, dass ich bisschen mehr brauche, Dann machen wir dann einfach zwei Kanonen, okay? Hört sich nach dem Plan an? Hört sich nach dem Plan an. Einfach zwei Kanonen, okay. Hier unten, kein Fan. Kein Fan, was hier passiert. No, Disvision. Macht das Gerät aus. Hier auch, äh, hups. So, Dann, äh, ist die Tür etwas kleiner, die wir brauchen. Ja, das, das hat alles schon seinen Sinn hier. So. Weiter nerven. Ich mein, er kann ja auch was dagegen tun. So, so ist er nicht. So. Pass auf jetzt. Jetzt sind wir auch noch ein Arschloch. Gönnen uns, äh, Zweite Kanone übrigens. Gucken, dass wir die schnell versteckt kriegen. Ups. Ja, und hier. Das ist natürlich, also, Das ist natürlich ne Katastrophe hier. Was die, was die Türdimension angeht. Aber hey! So. Na, dann, Dann nerve ich ihn einfach. So, es ist doch auch mal lustig, wenn der, Wenn der Gunner einfach sagt, Er stürmt. Habe ich das richtig gesehen? Er hat mich angeschossen. Scheiße. Das ist jetzt nicht so geil, Aber hey! Das reicht, um ihn zu nerven. Das hat er nicht gebaut. So. So, ja. So, dann kann ich hier nämlich zwei Layer hinjeaten. Ja, irgendwie, so wird das schon passen. Ich wünsche allerdings, Ich könnte ihn etwas höher schießen. Ja, moin! Da fliegen wir einfach mal ins Nirvana. Ist aber kein Ding für uns. Lass das jetzt. Wo hat der denn hingeschossen? Ach, da unten hin. Ah, interesting. Ach, komm! Lass doch diesen sein. Ja, findest du auch Scheiße hier. So, jetzt mache ich nämlich auch mal Damage. So, nicht immer diese, den Scheiß, den die Gegner machen dürfen. Guck mal, hier auch sein sneaky Schild, weil der schießt ja eh immer auf die gleiche Stelle. Warum denn nicht? Was spricht dagegen? Okay. Merke ich mir. Werde ich mir merken. Guck mal, können wir wieder so ein bisschen weiter schießen und irgendwie... Ah, nee. Dann in den anderen Winkel. So, pass mal auf. Er wird nämlich jetzt... ...das machen. Warum habe ich da keine Verbindung hin? Noch was sagen? Ja, nee. Da können wir eigentlich... Also, das ist... ...ist schon okay so gewesen. Jetzt ist unser... Oh, lol. Was ist denn da passiert? Was habe ich denn da getan? Joho, danke. Danke. Also, die Wreck-Experience, die ist doch... Die ist doch schön. Warum, warum... Was ist denn da passiert? Ah, die Strebe und dann... Oh. Guck mal hier. Pass auf. Guck mal hier. So, der Schuss kommt. Die Strebe hier. Dem Jungen geht es nicht gut. Der hat auch nur eine Kanone. Ich hatte halt einen scheiß Winkel. Ich habe sie nicht treffen können. So, und jetzt kommt da mein Schuss. Und jeetet ihm. Ein bisschen Gewicht weg, natürlich. Aber... Guck mal, was... Guck mal, was passiert. Hier. Das Ding. Jetzt hat er hier eine lustige Hebelwirkung. Auf einmal ist das Ding schwerer, weil der hier sich nicht mehr stabilisiert. Und das ist das Ende für die Streben hier. Zack, die ist weg. Und wenn eine bricht, ist alles im Arsch. Mir ging es jetzt auch nicht gut. Das war auch nicht geil gespielt. Aber... Aber das heißt geil gespielt. Aber... Leute, wir haben... Wir haben den ersten Sieg. Und das in einem Ranked. Das ist ja... Ich habe ein, zwei Warmer-Spiele gespielt. Aber das ist... Ist ja krass. Wir sind direkt in den Top 2000. Äh, nee. Scheiße. Wir sind ja nicht in den Top 2000. Wir sind knapp unter denen. Aber guck mal. Wir sind über die Hälfte. Das heißt, wir sind... Top 50%. Okay, das ist nicht so gut. Scheiß drauf. Äh, welch mit dem Jungen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seht das bei Desktop. Das ist... Schwierig. Ups. Ähm. Ja. Ne? Aber wisst ihr Bescheid. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß auch nicht mehr. Bye, bye.